Hallo Leute, herzlich willkommen auf 10KH StanoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Notruf 1, 1, 2, die Feuerwehrsimulations 2. Und vorab, falls es laggt, tut es mir leid, dieses Spiel ist halt einfach scheiße. Ne, also es laggt halt wirklich sehr oft, also es wird wahrscheinlich jetzt hier hundertmal laggen, es tut mir auf jeden Fall leid, ich kann dafür nichts, ich habe schon alles gegeben, damit es nicht laggt, es tut aber das. So, wir wollen heute, oder was will ich euch sagen, ich werde dieses Video, also Notruf 1, 2, die Feuerwehrsimulation 2 auch nicht mehr lange zocken, also ich werde jeden Einsatz einmal spielen, ne, also einmal spielen, jeden Einsatz. Ich habe auch die Sandbox an, das heißt, ich kann hier auswählen, welche Einsätze ich mache und das mache ich auch tatsächlich in dem Raum, wo ich das machen muss. Ähm, es hat einfach folgenden Grund, dass ich dieses Spiel jetzt auch schon übelst lange spiele und ich auch irgendwann mal neue Spiele spielen will, ne, ihr versteht, was ich meine. Also ich will jetzt nicht immer hier hundertmal irgendwie eine Folge rausbringen und dann halt immer dasselbe machen. Deswegen werde ich das jetzt so machen, ich werde immer neue, ähm, wie sagt man, Videos über jeden Einsatz einmal machen und dann nicht mehr. So, hier ist der Raum, wo ich das auswählen kann. So, genau, hier kann ich jetzt hier auswählen, das ist hier auch sehr cool geordnet. Hier gibt es natürlich sehr viele, ne, also so schnell wird jetzt hier auch nicht weg sein. Aber ich fange jetzt hier an mit dem Wohnungsbrand, das wird der erste Einsatz sein. Wir werden hier auch die ganze Zeit wahrscheinlich nur immer eine Folge von denen hier machen. Das heißt praktisch hier einen davon, einen davon, dann Tierrettung, Verkehrsunfall auch nur einen. Wobei hier können wir auch mehrere machen, weil hier ist auch Auto und dann der Tankstelle. Also wir gucken mal, ich werde auch nicht, äh, in jedem Video das jetzt hier zeigen, wie ich das mache, ne, also ich werde dann einfach im Einsatz schon gestartet haben. Wir starten aber jetzt hier diesen Wohnungsbrand. Und, so, Achtung, Brandschutz, Heimdrauchmelder ausgelöst. Okay. Einsatz für ELW 1, LLW 20, TLF 1, TLK 1, RTB 1, Leipziger Straße. Hier. So. Okay, zack, zack, zack. So. Und wenn irgendwas mit dem Einsatz nicht stimmt, also wenn es irgendwie nicht funktioniert, weil da irgendwie wieder was Falsches ist, werde ich das auch nicht weiter spielen. Das heißt, dieser Einsatz wird dann praktisch abgebrochen und ich beende dann die Aufnahme, weil mich dieses Spiel schon ein bisschen ankotzt, weil man dafür auch Geld bezahlt hat, was sehr teuer war. Und, ja, so, wir fahren jetzt schon mal raus. So, warten wir einmal, bis hier der Kollege da fährt. So. So. Leitstelle Mülheim von 1, ELW 1, kommen. So. 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 Also, es kann sein, dass es jetzt hier hundertmal lag, ne? Es liegt halt einfach an dem Scheiß-Game. Ich muss wirklich sagen, es ist wirklich ein Kack-Game. So. So. Leitstelle Mülheim von 1, ELW 1, kommen. Zack. Gehen wir mal hier in die, diese Ansicht, wo wir hier alles sehen könnten. So. Weißt du, ich kann hier auch nichts weiter umstellen. Das wollte ich jetzt nicht. Hier, Grafik. Weil, ich hab hier mal geguckt, hier ist ja trotzdem irgendwie alles scheiße. Also, hier ist alles auf niedrig. Eigentlich könnte ich's hoch machen, aber irgendwie ist irgendwas falsch im OWS und sowas alles drin. Also, keine Ahnung. So, ich hab die Grafik jetzt hier nochmal ein bisschen runtergeschraubt, aber ich glaube nicht, dass sich hier trotzdem was ändert. So, wir rücken ab. Oh, ne. Krankenwagen kommt noch. So, abrücken jetzt. Oh, kannst du jetzt mal... ... von 1, ELW 1, kommen. Äh? Hm. Okay, wir sollen anscheinend wieder zurückfahren. Alles klar. Wir fahren einfach mal wieder zurück. Wartet mal, Leute. Ich mach mal hier kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde. Ich bin jetzt wieder da und hab jetzt hier auch alles. So, der Kollege hier macht einmal eine Ortsbegehung. So. Die tun schon mal... ...löschwasserabgang. Ah ne, das müssen wir machen, wenn... ...der Kollege da alles hier gesagt hat. So. Wisst ihr was? Also, wir rufen jetzt auch noch mal hier die Polizei. So. Ich fahr jetzt auch noch kurz... ...diesen Polizeiwagen. So. Hier rein hier. Hey, hey, hey. Hey. Was hast du bei diesem Fahrzeug hier? So, schließen. Okay, so. So. Let's go. Fahren wir jetzt hier einmal hin. Ah. Oh, die Lenkung ist bei... Also, ich glaub, das hier wird das letzte Video sein davon, ey. So. Ja, ich... Leute, ich mach das hier als letztes Video. Das ist mir nämlich echt zu blöd mit diesem Spiel hier. So. Zack. Ach, geil, der hat sich jetzt da hingestellt. Alles klar. So, ihr macht jetzt einmal... ...Brandbekämpfung, Löschwasserabgang da. Rauchvorrang und... ...Kübelsteuerung. ...Spritze, so. Ich glaub, das müsste richtig sein. Wo ist denn jetzt das andere Fahrzeug? Hier, so. Hier tut auch... ...Löschwasserabgang. Da hin. Flaschangriff. So. So, dann sehen wir mal, was sie jetzt hier machen. Und wie gut sie das hier schaffen. So. Leitstelle Mülleheim von 1E-LV1. Kommen. Zack. So. Okay. Warte mal. Ich guck mal kurz. Kann ich hier... Warum kann ich denn... Oh. Kann ich den denn nicht auswählen? Nein. 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 Okay, go. zack jetzt müsste dieses ding eigentlich hier stehen bleiben mal sehen ja jetzt bleibt es da stehen okay geil so es brennt noch ein bisschen da drin ja leute ich würde einfach sagen wir sehen uns gleich wieder wenn das mal irgendwie da anders so leute auch wenn es jetzt noch darin qualmt ich habe jetzt hier angeklickt dass wir hier abrücken dieser rtw alter aber wir fahren jetzt hier mit dem kann man wieder zurück warum hat er überhaupt licht an egal so Jawohl. Zack. So, let's go. Ich habe übrigens was herausgefunden, man muss hier hinten tatsächlich langfahren. Ach, Bruder, nee, ich habe darauf keinen Bock. Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord gerade vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke an den Kanal. Das hat einen Traumabschlag. Haut rein und euer Sandow. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Outro Untertitelung des ZDF, 2020